Der Besucher sagte, Meister, du musst mir helfen. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Wie sieht dein Problem denn aus? fragte der Weise. Ich schaffe es kaum, meinen Ärger zu kontrollieren, sagte der Gast. Es ist einfach die Art, wie Leute sind. Ich sehe sie andere kritisieren, während sie ihre eigenen Fehler absolut nicht bemerken. Ich möchte sie nicht kritisieren, da ich nicht wie sie sein möchte, aber es regt mich wirklich auf. Verstehe, sagte der Weise. Bist du nicht der Dorfbewohner, der letztes Jahr dem Tod nur knapp entkommen ist? Ja, nickte der Gast. Es war eine schreckliche Erfahrung. Ich bin zu weit in den Wald gegangen und stieß auf ein rudelhungriger Wölfer. Und was hast du gemacht? Ich bin gerade noch auf einen Baum geklettert, bevor sie mich erreichten. Sie waren riesig und hätten mich in Stücke reißen können. Du warst also gefangen? Ja. Und so wartete ich, bis ihre Wachsamkeit nachließ. Immer wenn ich dachte, es sei sicher genug, kletterte ich herunter, sprintete zum nächsten Baum und kletterte herauf, bevor sie mir zu nahe kam. Das hört sich nach einer echten Tortur an. Ja. Insgesamt dauerte es zwei Tage. Ich dachte, ich würde sicher sterben. Zum Glück fand mich eine Gruppe Jäger, sobald ich nahe genug am Dorf war. Die Wölfe zerstreuten sich und ich war gerettet. Mich interessiert vor allem eine Sache, sagte der Weise. Während dieser Erfahrung, hast du dich von den Wölfen irgendwann beleidigt gefühlt? Was? Be-beleidigt? Ja. Hast du dich von den Wölfen beleidigt gefühlt? Natürlich nicht, Meister. Dieser Gedanke ist mir nie gekommen. Warum nicht? Sie wollten nichts anderes als sich beißen, nicht? Sie wollten dich töten. Ja, aber das ist nun mal, was Wölfe tun. Sie waren einfach sie selbst. Es wäre absurd gewesen, mich beleidigt zu fühlen. Exzellent. Behalte diesen Gedanken im Kopf. Andere zu kritisieren, während sie selbst ihre Fehler nicht bemerken, ist etwas, was viele Leute tun. Du kannst sogar sagen, es sei etwas, was wir alle von Zeit zu Zeit tun. Wenn Wölfe ihre Krallen zeigen und auf dich zukommen, solltest du nicht einfach stehen bleiben. Du solltest dich schützen, indem du irgendwie von ihnen fortkommst. Genauso solltest du nicht passiv akzeptieren, wenn Leute mit giftiger Kritik auf dich losgehen. Du solltest dich schützen, indem du eine gewisse Distanz zwischen dich und sie bringst, wenn es irgendwie möglich ist. Der wichtigste Punkt aber dabei ist, dass du das tun kannst, ohne dich angegriffen oder beleidigt zu fühlen, da diese Leute einfach nur sie selbst sind. Es liegt in ihrer Natur, giftig zu kritisieren und zu richten. Es wäre also absurd, daran Anstoß zu nehmen. Es macht keinen Sinn, wütend zu werden. Das nächste Mal, wenn die hungrigen Wölfe in Menschenhaut sich nähern, denke daran. Das ist einfach die Art, wie die Leute sind. Genau wie du gesagt hast, als du reingekommen bist. Hallo, ich bin Susi von Burnout Coaching Berlin und du hörst meinen Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Hast du das auch schon mal erlebt, wenn du ein Problem hast und es dir echt nicht gut geht? Und dann kommen so Vorschläge wie Du musst nur jeden Tag die Lichtmeditation machen, dann löst sich alles auf. Oder Du musst nur dein Mindset ändern, dann wirst du auch gesund. Oder Noch schlimmer Floskeln wie Andere haben es viel schlechter als du, also Sei mal dankbar Steigere dich nicht so rein Oder Du musst einfach positiv denken Ja? Okay, super, dann sind wir ja schon mal zwei Und Kennst du auch dieses Gefühl, was Also bei mir jedes Mal danach entsteht? So eine Mischung aus versagen oder ein gewisser Leistungsdruck, positiver zu sein, bis hin zur Aggression? Heute teile ich mit dir, was mich persönlich und fachlich jedes Mal so richtig triggert, wenn ich damit in Berührung komme Und wie diese Sache, die meistens ganz harmlos daherkommt, sogar tödlich enden kann. Sie hat ihren Namen gar nicht verdient, die toxische Positivität. Sie hat ihren Namen gar nicht verdient, die toxische Positivität. Ist es krampfhafte, ständige Streben nach guter Laune und positiven Denken und einfachen Lösungen für schwierige Gefühle, Themen und Lebenssituationen? Nichts gegen gute Laune und positives Denken Oder die inzwischen recht bekannte positive Psychologie Toxische Positivität verkauft sich gern als diese, ist aber eigentlich was ganz anderes Und sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass verlangt wird, man solle sich nur auf das Positive konzentrieren Und vor allem auch negative Gefühle, die man selber hat Oder eben auch die andere haben, komplett ausblenden Ja, bevor ich dir von meinem persönlichen, echt krassen, toxischen Positivitätskrimi erzähle, den ich wirklich erlebt habe Habe ich noch einen kleinen 5-Punkte-Überblick zu diesem Thema für dich Indem du kurz und knackig ein paar stichhaltige Infos über die Wirkung toxischer Positivität bekommst Wie du sie erkennst natürlich Und welche Personengruppen am häufigsten von ihr Gebrauch machen Und warum sie das tun Achtung, eine dieser Gruppen kennst du nämlich sogar schon aus einer anderen Burnout-Coaching-Berlin-Podcast-Folge Zuallererst aber einmal Gefühle haben eine wichtige Funktion Und zwar Alle Gefühle Sie weisen uns auf unseren Zustand hin Und auf die Bedürfnisse, die wir haben Wird ein bestimmter Teil von ihnen ausgeblendet Schafft es zwar erstmal kurzfristig Erleichterung Immerhin ist die Konfrontation mit negativen Gefühlen ja oft unangenehm Tatsächlich werden Emotionen aber verstärkt, wenn man sie verdrängt Einschlafmeditation Sich bewusst gute Gedanken machen Mantra singen Energiearbeit Es gibt vieles, was körperliche Symptome und auch psychischen Stress lindert Aber all diese Dinge arbeiten nicht an der Wurzel des eigentlichen Problems Welches du schon aus Staffel 1, Folge 4 kennst Und können deshalb schon einerseits gute und treue Begleiter im Heilungsprozess sein Oder auch eine kleine Verschnaufpause im Alltag Aber eben nicht die alleinige Lösung Heilung ist ein Puzzle aus verschiedenen hilfreichen Elementen Nämlich den Dingen, die die Symptome lindern Und dem Ziehen der Wurzel des Ursprungs der Probleme In dem Bild kannst du dir das so vorstellen Ein brennendes Haus wird niemals aufhören zu brennen Nur weil wir uns einreden, die Flammen wären doch gar nicht so heiß Oder das brennende Haus wäre ja gar nicht da Sicher können wir aber den Brand effektiver unter Kontrolle bringen Wenn wir die Ruhe bewahren und bedacht ans Löschen gehen können Solange ich nicht erkennen und akzeptieren kann, dass das Haus brennt Oder dass ich gerade traurig, wütend, müde, verzweifelt oder was auch immer bin Solange kommt ja auch der nachfolgende Gedanke nie zustande Nämlich, was kann ich jetzt tun, damit ich tatsächlich weniger traurig, wütend, müde bin Was hilft mir, damit wirklich umzugehen, es auszuhalten und es am Ende aufzulösen Oder für unser Haus Was kann ich tatsächlich tun, damit es aufhört zu brennen Also beruhigen, ausruhen, Symptome lindern, damit ich das Problem bei der Wurzel packen kann Und die Kraft dazu habe, ja Verdrängen, na, besser nicht Denn, wie ich es gerade erwähnt habe, verdrängte Gefühle fühlen sich im ersten Moment an Als wären sie weg In Wirklichkeit werden sie noch verstärkt Dann passiert es eben auch oft, dass verdrängte und unverarbeitete Gefühle als Symptome und Krankheiten Körperlich wie auch psychisch zurückkehren Mein zweiter Punkt Jemandem, der leidet und sich durch schwierige Zeiten kämpft, zu sagen, er solle einfach positiv bleiben Oder es mal nicht so schwer nehmen Wertet die Mühe und Anstrengung, die diese Person oder vielleicht du selbst sich macht, um aus der Krise zu kommen, ab Denn es gehört so viel mehr dazu, schlechte Zeiten gesund und ohne Trauma zu überstehen Als es nur nicht so schwer zu nehmen Du und natürlich auch alle anderen verdienen Anerkennung und Unterstützung dafür, dass ihr euch mit euren Problemen auseinandersetzt und sie angeht Und keine Floskeln, wie easy going eigentlich alles ist, wenn man nur fest genug daran glaubt und positiv ist Oder sich nur genug anstrengt, sich nicht unterkriegen zu lassen Wenn du dich dabei beobachtest, dass du nach Gesprächen mit bestimmten Freunden oder Verwandten oder Vorgesetzten oder Kollegen oft anfängst, an der Wichtigkeit deines Problems zu zweifeln Oder dich irgendwie unter Druck gesetzt fühlst, schnell wieder gut drauf sein zu müssen, um nicht als Stimmungskiller dazustehen Prüfe eure Gespräche und deine Beziehungen auf toxische Positivität und nimm, wenn das nötig ist, Abstand von ihnen Zumindest bis es dir wieder besser geht Drittens Einfach mal positiv denken gelingt vielen Menschen in Krisensituationen natürlicherweise überhaupt nicht Und was durch dieses zwanghafte, positive Denken und diese Floskeln und die Verdrängung stattdessen gefüttert wird Ist das Gefühl des Versagens Alle anderen schaffen es mit Leichtigkeit durch schwere Zeiten, nur ich nicht Im Grunde haben Betroffene, die mit toxischer Positivität konfrontiert sind oder überschüttet werden, das Gefühl, dass ihr Problem entweder heruntergespielt und belächelt wird Oder ihr Gegenüber sich einfach nicht dafür interessiert und sie nicht ernst nimmt Und na klar, häufig fühlen sie sich dann dadurch missverstanden und alleingelassen Im Worst Case entsteht sogar das Gefühl, dass irgendwas mit mir total falsch sein muss Weil es mir nicht gelingt, positiv und fröhlich in der Krise zu sein Das ist übrigens auch der erste Grund, warum toxische Positivität sogar tödlich enden kann Erst kürzlich las ich einen verzweifelten Kommentar einer schwer depressiven Frau Unter einem dieser klassisch-toxisch-positiven Facebook-Beiträge In dem es ums Positivdenken ging und darum, dass alle Probleme weggehen, wenn man sie nur jeden Tag wegmeditiert Und in ihrem Kommentar schrieb sie, dass sie nicht mehr weiter wüsste und dass sie nicht mehr weiter könnte Sie habe jeden Tag meditiert und statt sich besser zu fühlen, fühlte sie sich aber jeden Tag schlechter Und dazu käme nun auch, dass sie nicht mehr weiter wüsste mit ihrem Leben Wenn selbst das, was ja laut dieses toxischen Werbeposts so vielen Menschen die ganze Zeit hilft Ihr nicht mehr helfen könnte Ja, und Depression ist halt eine Erkrankung, die irgendwann in einem Tunnelblick enden kann An dessen Ende nur noch der Ausstieg aus diesem Leben als einzig wirksame Handlung gegen dieses erdrückende Leiden steht Und eine Methode als Lösung anzupreisen, die auf bestmögliche Verdrängung beruht Ist für so jemanden so gefährlich und kann den letzten Todesstoß für die Zuversicht und das Selbstbild ohnehin fragiler Menschen bedeuten Und es sind gerade verzweifelte Menschen mit wirklich großen Problemen Die sich von solchen Posts und von spirituellen Führern Die schnelle, einfache Auflösung von Angst und so weiter versprechen Angesprochen fühlen Und sich dann eben wie Versager vorkommen Wenn die Geistheilung oder was auch immer Anders als in diesen Werbeposts meistens angepriesen Bei ihnen nicht klappt Vorletzter Punkt Ich habe es gerade schon angedeutet Toxische Positivität bietet vor allem einer Personengruppe große Vorteile Die du schon aus Staffel 1, Folge 6 dieses Podcasts kennst Giftige Menschen in giftigen Beziehungen Wenn du die Folge gehört hast, erinnerst du dich vielleicht noch an Andreas Freundin, die ihr immer dann ein schlechtes Gewissen machte, wenn Andrea sich mit sich selbst beschäftigen und zur Ruhe kommen wollte, um aus ihrem Burnout zu kommen Die besagte Freundin wollte aber, dass Andrea für sie verfügbar war Zum Feiern und zum Quatschen und so weiter und so fort Giftige Menschen möchten deine Energie, um sie für sich zu nutzen Und toxische Positivität wiederum wird sehr gerne von solchen Menschen benutzt Um ein besorgtes, vielleicht auch mit sich selbst aufgrund seiner Sorgen sehr beschäftigtes Gegenüber Schnell ruhig zu stellen und abzuspeisen Und die Aufmerksamkeit von euch beiden effektiv wieder dahin zu lenken oder zu ziehen Wo sie sie haben wollen Nämlich bei sich und ihren eigenen Anliegen Toxische Positivität ist nämlich nicht nur verlockend in Werbeposts Sondern toxische Positivität anzuwenden Ist auch die Möglichkeit schlechthin Für giftige Menschen Zwar auf ihr Gegenüber einzugehen Und den Anschein zu erwecken, dass sie Mut machen wollen Und an seinen Themen und Gefühlen teilnehmen Aber eigentlich dafür zu sorgen Dass es sich schlechter fühlt Weil es sich schlecht fühlt Und so in Zukunft aufhört Seine Probleme gegenüber der giftigen Person zu thematisieren Um nicht in einem schlechten Licht Als Negativdenker oder Stimmungskiller Oder gar Versager dazustehen Und das ist ganz gut Für das giftige Gegenüber Was seine Energie ja nicht zur Verfügung stellen Sondern deine Energie haben will Ah ja, und noch was Wer toxisch positiv agiert Kanzelt die Gefühle und Probleme seines Gegenübers Oft auch nicht nur mit Nimm es nicht so schwer Und du musst positiv denken Phrasen ab Sondern gerne auch mit schnellen Undurchdachten Und zum Teil offensichtlich unpassenden Flüchtigen Ratschlägen und Lösungen So nach dem Motto So, Problem gelöst Wo waren wir? Ach ja, bei mir Fünftens Toxische Positivität Wird von toxisch-positiven Menschen Als das einzige Richtige Lebens- und Denkkonzept gefeiert Nicht alle toxisch-positiven Menschen Sind zwanghaft positiv Weil sie andere abkanzeln Und in ihren Gefühlen übergehen wollen Um mehr Aufmerksamkeit bei sich zu haben Wahrscheinlich werden dir im Leben Genauso viele Menschen begegnen Die Sogar auffallend viel Und aufopfernd Für andere da sein wollen Und sich selbst darüber vergessen Und Diese toxisch-positiven Menschen Wollen dich in erster Linie Gar nicht abkanzeln Und sind wahrscheinlich wirklich An deinem Wohlergehen interessiert Die toxische Positivität Ist hier tatsächlich Oft sowas wie ein langgehegter Glaube Eine Art Lebenseinstellung Oft kombiniert mit esoterischen Ansätzen Und magischem Denken Also zum Beispiel Man muss immer nur seine Wünsche Ans Universum abgeben Und dann wird alles wahr Oder Spiritualität Diese Menschen Sind also wirklich überzeugt davon Dass schon alles gut werden wird Wenn man nur Fest genug daran glaubt Der Unterschied ist hier Zu Eine giftige Person Aus dem Punkt von gerade eben Da ist eine giftige Person Die will einfach nur Deine volle Aufmerksamkeit Auf den Dingen Mit denen sie sich beschäftigt Und deswegen sind sie auch Von ihren toxisch-positiven Aussagen Und Floskeln und so Nicht überzeugt Sie benutzen sie einfach nur Die Menschen Die ich jetzt in diesem Stichpunkt beschreibe Sind also wirklich überzeugte Toxisch-positive Denker Sie glauben eben auch häufig Dass das sich eingestehen Oder sich auseinandersetzen Und durchleben Von Negativgefühlen Wie Neid oder Angst Oder Trauer oder so Weitere Schlimme Dinge auslösen wird Wie Krankheiten Oder Schicksalsschläge Dahinter steckt oft die Annahme Dass das Zulassen Von schlechten Gedanken Gefühlen Oder Energien Dafür sorgt Dass man noch mehr Sogenannte schlechte Energien Anzieht Und gute Energien Keinen Platz mehr finden Und deswegen auch nicht Zu ihnen kommen können Dass auch jede noch so schwere Erkrankung Sich in dir oder ihnen Ohne ärztliche Hilfe heilen lässt Wenn man sie nur gut genug ignoriert Oder darüber meditiert Oder die Engel einlädt Und positiv denkt Kurz gesagt Toxische Positivität Verhindert das Annehmen Des Gefühls Der eigenen Lebenssituation Oder Erkrankung Und somit Die Verarbeitung Die Heilung Oder auch Die Besserung Dieser Dinge Da sind wir wieder Bei dem brennenden Haus Was niemals Gelöscht werden wird Wenn ich sage Es ist ja gar nicht da Oder die Flammen Sind ja gar nicht so heiß Oder ich wünsche mir Vom Universum Dass es jetzt gelöscht wird Zum Beispiel Gerade von Burnout Betroffene Machen diese Erfahrungen Echt oft Wenn sie sich zwingen Weiterzumachen Und durchzuziehen Toxisch-positive Floskeln Und fixe Flüchtige Ratschläge Wie Lehrjahre sind eben Keine Herrenjahre Oder Jeder hat doch mal ein Tief In unserer Gesellschaft Und am Arbeitsplatz Verstärken diesen Verdrängungsprozess Denn niemand möchte auch hier Als unmotiviert Schwach oder negativ gelten Wären die Arbeitsbedingungen Noch so schlecht Im schlimmsten Fall Kann es mit toxischer Positivität Und Verdrängung So laufen Wie bei Hedi Hedi war Patientin Einer Ja Sehr esoterisch Angehauchten Heilpraktikerin Welche In unmittelbarer Nachbarschaft In einem Der etwas Abschüssigen Nebengebäude Zu mir lebte Nachdem ich Von meinen Reisen Zurückgekehrt war Und mich Auf einem Einsiedlerhof Niedergelassen hatte Damals Hatte ich meine erste Eigene Ayurvedische Praxis Eröffnet Und Diese Heilpraktikerin Wollte Urlaub machen So besuchte sie mich Eines Tages Und bat mich Eine ihrer Klientinnen Für die Dauer ihrer Abwesenheit Mit ayurvedischen Massagen zu behandeln Um Den Kreislauf Und das Lymphsystem Zu aktivieren Ich kannte Diese Klientin Hedi Ich hatte sie Zu Beginn des Frühlings Einmal auf dem Gelände des Hofes getroffen Und war mit ihr Ins Gespräch Sie hatte jahrelang In einer Ziemlich Zerstörerischen Ehe gelebt Irgendwann Hautkrebs Diagnostiziert Bekommen Und Ihn aber Erfolgreich Wegmeditiert Also das war Zumindest Ihre Variante Der Geschichte Und Ich staunte Nicht schlecht Jedenfalls Sagte ich Diese Massagen zu Und staunte Abermals Nicht schlecht Als Hedi Ohne Hosen Auf meiner Massageliege Platz nahm Denn Die Lymphknoten In der Leiste Und an ihren Beinen Waren so groß Und so geschwollen Wie ich es selbst In meiner Zeit Als Pflegekraft Noch nie Zuvor gesehen hatte Nach dieser ersten Sitzung Warte ich Hedi Noch mal kurz Zum Gespräch Und legte Ihr nahe Dringend Schnellstmöglich Bei einem Arzt Vorstellig zu werden Und Ich sagte ihr Dass ich sie Nicht weiter Behandeln könnte Bis dies Geschehen wäre Denn mit Alternativen Behandlungen Ist es leider oft So Dass sie Menschen Die Lieber Verdrängen Statt sich Auseinander Zu setzen Förmlich anziehen Der Wunsch Danach Dass jemand Von außen Kommen soll Der meine Probleme löst Indem er mir Seine magischen Hände Auflegt Ist einfach Riesengroß Für mich War das Damals Schon so Ich Lehne es Einfach ab Irgendjemanden Dabei zu Unterstützen Schwerwiegende Probleme Wegzuschieben Und am Ende Alles Noch Schlimmer Zu Machen Mein Job Ist es Teil Der Lösung Und Eben Nicht Teil Des Immer Größer Werden Des Problems Zu Sein Ja Naja Jedenfalls Hedi Ging Nicht Zum Arzt Und Auch Die Zurückgekehrte Heilpraktikerin Die Ihr Inzwischen Sogar Eine Wohnung Im Selben Neben Gebäude Besorgt Hatte Riet Ihr Davon Ab Zum Arzt Zu Gehen Sowohl Hedi Als Auch Die Heilpraktikerin Waren Total Überzeugt Davon Dass Diese Ärzte Nur Panik Machen Und Geld Verdienen Wölten Und Natürlich Mit Ihren Diagnosen Negatives Denken Und Die Freisetzung Negativer Energien Fördern Würden Und Das Konnte Hedi So Gar Nicht Gebrauchen Schließlich Sollte Sie Ja Gesund Werden Indem Sie Immer Positiv Dachte Und Ihre Energien Einfach Reinigte Es wurde Ein Heißer Trockener Sommer Und Ich Sah Hedi Eine Lange Zeit Nicht Auf dem Hof Traf Jedoch Eines Tages Die Heilpraktikerin Beim Einkaufen Im nächst Gelegenen Dorf Und Fragte Nach Hedi Die Heilpraktikerin Antwortete Dass Hedi Seit Ein paar Tagen Nicht Mehr Auf Stünde Und Die ganze Zeit Auf dem Sofa In der Einlieger Wohnung Liegen würde Und sie hätte auch Ein paar Tage nichts mehr gegessen und nun würde sie auch nichts mehr trinken wollen Ich war so entsetzt ich ließ mein Kartoffelnetz sinken und starrte sie an weil das was sie mir da beschrieb war genau der Prozess den man meistens beobachten kann wenn alte oder schwer kranke Menschen sterben Und genau das sagte ich ihr und fragte sie ob ihr das nicht klar wäre und sie stimmte hektisch zu ja ja das wüsste sie auch und ich fragte weiter entsetzt ob sie Hedi das auch gesagt hätte weil ich auch davon ausgegangen bin immer noch in diesem Moment wenn sie ihr das ehrlich kommuniziert hätte dass Hedi vielleicht doch noch zum Arzt gegangen wäre und sie meinte nur nein natürlich nicht sie würde doch sonst die Behandlung bei mir abbrechen ich erspare dir weitere details der Geschichte am Ende brachte diese Heilpraktikerin Hedi widerwillig zu zwei Ärzten ihres Vertrauens wovon einer seiner Approbation schon lange verloren hatte und der andere Hedi sofort in ein Krankenhaus einwies indem sie wenige Tage später verstarb ohne ihre Angelegenheiten noch regeln zu können oder ihren weit entfernt lebenden Sohn noch mal sehen zu können ich habe echt lange überlegt ob ich diese Geschichte überhaupt so teilen soll in meinem Podcast weil wir ja eigentlich lösungsorientiert unterwegs sind und das auf jeden Fall eine Geschichte ist die ganz schön runterzieht aber deswegen ist mir diese Folge halt auch so wichtig und darüber aufzuklären dass es das gibt und dass toxische Positivität eben nicht aufhört bei flüchtigen Sprüchen und Desinteresse sondern dass es halt wirklich gefährlich ist und dass es eben auch wirklich ganz übel enden kann deswegen heißt toxische Positivität toxische Positivität sie ist mehr als ein nerviges Instagram Phänomen sie kann dir dein ganzes Leben vergiften damit dir das nicht passiert kommt das Mantra der Woche heute aus der Folge die ich am Anfang erwähnt habe die sich der Wurzel der meisten psychischen Probleme gewidmet hat und dass das Beste eigentlich immer ist bei sich selbst zu sein als vor sich selbst zu flüchten mein Liebling ich liebe dich und ich bin ganz hier bei dir genau das ein geduldiges sich wahrhaftig liebevolles zuwenden zu den eigenen Gefühlen Sorgen und Problemen je nach schwere Grad vielleicht auch mit professioneller Unterstützung ist das was es braucht um sie aufzulösen nicht lapidare positive Floskeln Techniken die sich für den Augenblick gut anfühlen weil man mit ihrer Hilfe für einen kurzen Moment etwas Abstand zu seinen eigenen Problemen Ärgernissen und Zweifeln einnehmen kann benutze genau dafür um abzuschalten und dich kurz auszuruhen damit du Kraft hast wirklich etwas an der Situation zu ändern und falls du auch noch auf der Suche bist nach Impulsen nach mehr Geschichten auch den buddhistischen wie am Anfang dieser Folge und spannenden unterhaltsamen psychologischen Fakten oder einfach Lust hast dich mit mir zu vernetzen dann folg mir jetzt auf Instagram unter burnout unterstrich coaching unterstrich berlin oder du machst es dir ganz leicht und klickst einfach auf den Link im Beschreibungstext zu dieser Episode dann wirst du direkt auf mein Instagram Profil weitergeleitet danke fürs zuhören und supporten sei lieb zu dir selbst pass auf dich auf bis gleich auf Insta und übernächste Woche wieder hier im Podcast deine Susi bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020